Phil Ritter ist einfach ein Bombentyp. Er ist ein bodenständiger Networker, der ohne Hype und viel Tamtam tiefgründig aufbaut und als Coach Menschen nach oben bringt. Ich habe ihn erlebt als jemand, der sehr, sehr bewusst seine Partner auswählt, der sehr, sehr bewusst seine Trainer auswählt und Menschen auswählt, die mit ihm und mit seinen ganzen Partnern arbeiten dürfen. Ich habe ihn erlebt als sehr, sehr tiefgründig und vor allem aufgeräumt. Und wenn du mit jemandem arbeiten möchtest im Network Marketing, dann ist es das Wichtigste, sich jemanden zu suchen, der die Werte vertritt, die du selber auch im Leben haben möchtest. Und da kann ich Phil einfach nur empfehlen.